Hallo, Herr Kollege, Sie fahren heute mit der RB4563 von Brandt-Erbisdorf nach Öderan, keine Ahnung wo. Geplante Abfahrt 17.01 Uhr. Rüsten Sie Ihre Lok auf Siefer-PZB-Mittlere Zugart und warten Sie auf die aus Richtung Pernelsdorf-Komte-Regionalbahn. Haben wir keine Fehlermeldungen? Nö, gerade nicht. Das ist alles heile gemacht, Junge. Junge, krass. Da habe ich eine Stunde für gebraucht. So, das ist ja jetzt eine... Lass die Leute einsteigen. Eine... Ja, gut. So, wie stelle ich denn die um? Nochmal drauf? Äh... Ne, das ist ausgeschaltet. Steuerung. Steuerung, gleich die Taste. M. Passt. Jetzt den Schalter auf Fahren. Einen kleinen Schalter auf Fahren. Da links. Genau, ich sehe ihn nicht. Über dem Notaus, ja. Ja. Und da rechts, noch ein bisschen weiter rechts. Motorbremse. Genau, Motorbremse. E-Bremse an. Heißt die jetzt? Genau, ja. So, was brauchen wir noch? Spitzenlicht. Spitzenlicht. Brauchen wir die Zugheizung? Macht eigentlich mehr Bock. Ich mag Zugheizung. Ich mag die Zugheizung. Tut mir leid. Ja, weil die direkt... Weil die direkt Leistung frisst. Und Leistung frisst. So, die Leute steigen noch ein. Die Leute steigen noch ein. Hast du die Handbremse losgemacht? Die Leute steigen noch ein. Kann ich doch die Handbremse nicht losmachen. Naja, aber mach die Handbremse los. Oh. Der Lichtschalter ist noch nicht... Das Licht war nicht gut. Bremse löst. Jawohl. Habe ich gehört. Wunderbar. Ich prüfe das aber hier gerne immer nochmal nach. Ja, jetzt habe ich sie mich angezogen. Siehst du? Okay. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Ja, einfach Handbremse. So, Leute sind drin. Bremse los. Komm, Baby Sound. Oh, das ist aber niedlich. Siefer drücken. Hatta. Hatta, hatta. Hatta, hatta. Nicht zu schnell. PCP blinkt. Wieso blinkt die? Wo denn? Ach, da oben. Da musst du ja aus dem Startprogramm befallen. Oh, mal schön die Nebenstrecke, ne? Also jetzt nicht Tarant-Fleur. Ja, also sehr schöne Strecke auf jeden Fall. Ich bin die, glaube ich, eine halbe Stunde gefahren oder so. Ja, mehr als zwei Wagen passen aber nicht in die Bahnhöfe. Da musst du auch aufpassen, ne? Die sind sehr kurz. Ja, auf diese Nebenstrecken, ne? Wieso, die zwei Waggons sind doch perfekt wie die Ludmilla, glaube ich. Ja, die reißt die so weg. Dann schaltest du drei Stufen auf und dann, boah, ist direkt auf 100 so ungefähr. So, müssen wir schon wieder halten. Ist hier ein bisschen leise, das Spiel? Also ich finde es im Kopfhörer ein bisschen leise. Du musst dein Kopfhörer dann lauter drehen. Der ist schon am Anschlag. Ach so, meiner ist eigentlich schon gut laut. Deshalb habe ich ja auch die Zugheizung an, weißt du? Dann hat die Ludie nicht so viel Energie. Ja, die Qualitätseinstellung gibt es auf jeden Fall bei Twitch. Das ist natürlich schön. Für die mit der schwachen Internetleitung könnt ihr ja einstellen. Unten rechts. Capsound ist immer noch zu leise. Dann gucken wir jetzt mal hier. Ja, klar, ich muss ja erst hier Capsound lauter. So. Ich glaube, so ist gut. Für mich zumindest. Ja, der New York Subway freut sich direkt. Er hatte gestern so Probleme mit seiner Internetleitung. Ja, ihr habt ihn schon lauter gemacht. Also, die ist bei euch erst mal ankommen. Ja, jetzt muss bei euch erst mal ankommen. Guck dir das mal an, wie das ausschlägt. Ja, könnte noch ein bisschen bis zum nächsten Strich, oder? Wieso, der Ort heißt halt Zug, ne? Darum haltepunkt Zug. Ach so. Äh, ne, vor dem TS habe ich keine Eisenbahnsimulation gespielt. Ich den Microsoft-Train-Simulator. Microsoft-Train-Simulator früher, ja, ja. Da schon die ganzen Sachen von German Railroads. Finnetrop und sowas alles da. Mit der Ferkeltaxe. Oder Münster, die Rollbahn. Hm. Ja, den gibt's hier noch nicht, ne? Nein, den gibt's hier leider nicht. Mit dem nördlichsten Tunnel Deutschlands. Kattenfenne da hinten. Längericher. Der Längericher-Tunnel ist der nördlichste Tunnel. Oh. Weil da oben wird's einfach sonst zu flach. In Hamburg gibt's keine Tunnel mehr, ne? Der Elbtunnel, aber der fährt keine Bahn. Oh, da muss ich hier rotieren, ey. Ja, Kollege. Achtung, BZB. Auf was muss ich denn runter? Auf wie viel? 40. 40, ne? 40. Ich muss im Stand aber gleich mal die Zugheizung ausmachen. Das ist ein bisschen nervig. Das ist wie dieses Lüftergeräusch, ne? Ja. Oh, da kommt ne Halt. Das Signal sagt doch Halt, oder? Was sagt mir das Vorsignal? Oh Gott, bin ich schlecht geworden. BZB. Uah, im Hintergrund sieht das... Uah! Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Eingerastet? Wer ist eingerastet? Ich. Ich. die heizung gar nicht mehr aus kaputt dort mal länger das kann ich länger drücken oder deine maustaste will nicht länger hier warte mal ein bisschen abgedrückt vielleicht läuft sie noch ein bisschen nach und raus mit 40 obwohl der leuchtet rot und 25 raus ne ja maximal alter ist die laut geil da reißt die wagons auseinander zwang sie naja weil ich mal gucken wollte von außen die 25 ignoriert habe das erste zwang sie ja wirklich nichts vorbereitet hier müssen wir nachher machen doch globale quelle müssen wir nachher machen ja machen wir gleich nee das mache ich gar nicht das vorbereiten oder zwangslikör ja ich könnte kurz ins bord bist du wir haben jetzt eingehen muss man wohl aus dem bord bist du aber ich habe die heizung ausgemacht das könnte kalt werden jetzt ist auch wirklich aus ne ja so so kommt alles frei kollege bremsen lösen bremsen lösen gibt es ein extra knopf club den hier genau das dauert auch eine halbe stunde ich gehe auf jeden fall kurz ins bord bist rund ja macht das mal gucken wir mal hier auf luftleitung und auf luftleitung kommt kleine verzögerung ja da musste man eine stunde 45 drauf warten soll ich mal trotzdem mit 25 weiterfahren meinst du denn 70 zeigte so die strecke ingolstadt nürnberg sowie dresden schöner strecke 50 prozent günstiger nur 10 euro würde sie mir empfehlen weil ich sie eventuell kaufen würde nein nicht mal wenn du 100 euro dafür geschenkt kriegst weil diese die empfehlen ja natürlich kann ich kann trinken und fahr schon allein für die fünf kommentare die schreiben gerade für euch so ich tue trotzdem jetzt in 25 bis mir ein anderes signal war dann aber sagt ja es ist gut ja ja prost post zwangsen post der ist aber echt eine strafe der ist doch toll für vermins er ist doch nur zum zähne spülen ja ich hatte noch ein bisschen blisterin oder gemisch der profi ist auch da ja ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen rollen ganz beschleunigen ja ich lass die rolle sagen gibt gas solange da oben nichts blinkt und 70 ist ja sowieso dann kannst du vollgas mehr mehr befreit da quasi durch die zwangse da unten steht 60 das machen wir mal ja 60 jaja so zwangsen counter passen wir dann in der pause hätte ich nicht sagen dürfen dass du voll beschleunigen stimmt ja tschuldigung das stimmt ja die blutmiller die verfügt halt einfach zu diesem geilen sound wenn du dieses triebpferd hochjacks das macht sich natürlich doof wenn du nur 25 faden darf es geht gleich noch schneller hier auch doch keiner oder witz raus du nix ist doch egal hat jemand gerade gefragt natürlich wir sind beide raucher das ist halt so wir fahren schlechte simulatoren und wir rauchen ja unser leben ist versaut wir lassen euch aber trotzdem daran teilhaben ja als schlechtes beispiel genau als schlechtes beispiel macht das nicht rauchen ist gesundheitsschädlich tödlich kann tödlich sein tödlich sein ja train simulator kann tödlich sein wenn ihr die feuerluke vom tunnel auf habt macht sofort ende sofort schluss weil wir cool sind rauchen wir holger weil wir zu viel geld haben und train simulator 2016 nicht genug dlcs hat damit wir unser ganzes geld da reinballern können gehen wir ist der tabakindustrie ja das ist der wahrheit die napfdecke ist auch da wie schön willkommen dieses horn machst du machst du sie ver natürlich ich habe sieben gedrückt statt bild entschuldigung gut doch doch ist gut gegangen die falsche taste erwischt und siefer und gas und bremse wir hatten sie ja nicht leicht im osten im osten war alles ich sollte vielleicht auch mal auf 40 runter gehen schön was hältst du davon ich weiß nicht ich glaube das ist 60 na ich glaube das 60 40 du hast recht zwei dinger sind also 40 ja mehr unten ist das was jetzt ist und oben ist das was auch gleich wieder kommt als nächstes auch wieder 40 ja ich habe diese signale also sorry also ich habe die noch nie verstanden so habe ich gecheckt so halbwegs gelb heißt für mich immer achtung fahr 40 einfach da kleine merkregel ja oben zeichnet dann schon fürs nächste an aber wenn die dann blinken dann sind unterschiedliche geschwindigkeiten drin wenn es unten jetzt blinkt hast du irgendwie 60 oder so ein quatsch ok ne knotenpunkt hamburg wird nicht mehr kommen ne ist auch noch nicht fertig halt erwarten sagt der panzer mann hier siehst du aber knurrenburg hamburg ist noch gar nicht fertig das ist doch und die sind wir schon ein paar mal beta gefahren doch doch ich hatte das versucht runter zu laden aber die seite war nicht zu erreichen ja ich würde auch die betta spielen also der schotter man macht da schon immer noch macht er noch gibt es noch entwicklung aktuell ja auf jeden fall langsam es könnte halt erwarten ja ich würde sagen ich muss sowieso halten weil ich im bahnsteig komme das ist ja halt erwarten ich weiß es doch nein ist gut also fragen wann knotenpunkt hamburg und das fertig ist das können wir euch noch alles nicht beantworten wir sind spieler genau wie ihr da müsst ihr mal den schottermann ja ja der schottermann hatte glaube ich zwischendurch mal aufgehört irgendwie zu entwickeln aber die community hat dann gesagt nee komm mach weiter und so und da hat er auch weiter gemacht und das finde ich auch gut also er sollte da auf jeden fall auch bei wenn da irgendwie kritik kommt scheißegal einfach sein ding durchziehen und nicht irgendwie dann sagen nee ihr findet alles scheiße ich mache jetzt nichts mehr haben sondern er macht gute strecken das hat er mit der geißlinger steige auch bewiesen und mit hamburg bremen hamburg bremen hat er gemacht war halt alles schon relativ alt und für die alten ist halt mords arbeit ne ja das ist halt richtig arbeit gibt es ja nicht nur irgend doofes carriere szenario mit der 155 wahrscheinlich um köln du kannst einfach ganz normales szenario fahren auf jeden fall ja also köln kugel ich will die heute noch mal ich will die auf jeden fall diese strecke oder an was was es gibt einfach bei wenigstum die doch mal zu fahren ein bisschen weil ich bin ja auch noch nicht gefahren wie gesagt also köln-koblenz funktioniert auf jeden fall das klingt doch gut ja es ist glaube ich auch noch eine andere drin mit 155 ja nee 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 wir gucken mal die ist so schön jetzt guck mal die hat auch echt hier panorama fenster das geht auch hier so um die ecke rum ja ja komm da ist doch schon so dicke a-säule ja a-säule oh ich muss gott was das denn für ein signal gibt es sich gibt es die strecke strahl sund grimmen ne schreibt da gerade im stadt gibt es die weiß ich nicht die gibt es da irgendwer geschrieben ich weiß oder er gesagt schick mal link nesa revane gibt sie wirklich weil wenn ich die 132 irgendwann immer gesehen habe als kind im urlaub dann war es die strecke strahl sund grimm zarrendorf ja in zarrendorf habe ich sie gesehen da wohnt mein onkel okay ne sarivane hat auf jeden fall ein link geschickt hoffe ich mal per aber wir werden das heute nicht mehr ne aber das kommen wir mal an vielleicht macht wenn die was taugt davon ein ja wenn die was taugt auf jeden fall würde ich mir auf jeden fall wünschen ja hätte ich massives interesse an der strecke ben zarrendorf drin muss sein die ist eingleisig die ist eingleisig oder zweigleisig glaubt die ist eingleisig so geht's denn hin klein schirmau ingolstadt nürnberg habe ich heute schon oder gestern auf jeden fall sehr schlechte sachen drüber gehört will ich nicht aber ich müsste ja selber entscheiden also ich will da nichts vorweg nehmen aber gbe ist halt gestorben bei erscheinen ja so resterampe könnte man sagen 30 party meiner meinung nach 30 50 party des drehen simulatoren die machen also bis jetzt haben sie noch keine schönen strecken rausgebracht und ja einfach einfach lieblos hin ich kann da nur ein video von train sim experts empfehlen über die husum sylt strecke oder wie heißt das husum sylt keine ahnung auf jeden fall marschbahn genau da wird das mal richtig gezeigt und das war einfach desaströs sollte man sich vorher anschauen bevor man es kauft um sich eine eigene meinung zu bilden ob man das haben möchte oder nicht gbe ist auch witzart oder aus witzart hervorgegangen irgendwie ein ja so werde ich so werde ich mal sagen ich will jetzt irgendwie das thema lassen alter ich darf doch nur sind wie schnell darf ich jetzt 80 die 70 sind nur wenn restriktiv ist 70 ist die zugart ja mittlere zugart du darfst mittlere zugart 120 maximal geschwindigkeit macht den link zu dem video da müsst ihr einfach mal suchen bei youtube recht ach so wird die strecke geschickt ja strecke geschickt wer wenn das gleich in der pause mal nachverfolgen keine pause was installieren das haben wir noch nie hingekriegt drauf nein nein wir werden das ist einfach so ein wir werden das nur nachverfolgen aber nicht installieren weil wir haben jetzt wir haben auf jeden fall schon einen kleinen plan gemacht was wir heute fahren wenn wir das nicht mehr rein kriegen aber es gibt ja noch ein winter live stream ja auf jeden fall wir haben gesagt wir machen vier streams im jahr dann machen wir festgelegt ist festgelegt und letztes jahr weihnachten zum nikolaus der stream hat mir so viel spaß gemacht ja das möchte ich diesjahr nicht missen ich habe auch noch die nikolaus hüte im schrank ja schön glühweinchen trinken ach stimmt das haben wir auch ja das war toll setzen wir uns wieder unsere bude ich werde auch dieses jahr wieder neue dann fotografieren ja da gehen wir vorher mal gucken die holen wir uns wieder live die bude sie stimmt ja da gehen wir mal einen tag vorher hin oder ach nee das ist ja doch 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 da kommen wir fragen wir mal freitag nehmen wir mal guten knipsen und samstag live stream ja genau klingt doch nach dem plan da können wir auch mal nach köln fahren schön auf dem weihnachtsmarkt vielleicht größeren ich habe ja gemerkt dass ich sowieso weihnachtsmärkte sehr geil finde sehr sehr geil super geil geile bude geiler glühwein supermarkt also ich habe hier ganz schön mit der kannst du richtig schön bremsen aber ich habe ja auch nichts hinten dran damit der kannst du jetzt auf jeden fall richtig gas geben damit der motorbremse noch du kannst auch bremsen also mit dem paar waggons dahinten da muss ich heute noch mal ein güterzug mit fahren ich glaube das ist mir jetzt so zu wenig herausforderung für die lautmilder ja eigentlich schon ja scheibenwischer ist auch geil wie das wie das gummi umklappt ich so dass ich sehe das gar nicht nein nein das hört man doch ach so klar ja das flab ja das ist schöner sound ja der witz kann bremsen brems es sind auch schon oft genug für meine bremsung gescholten wir dürfen 100 fahren das will ich haben ja festhalten hast du gesehen wie ich noch schnell das signal bestätigt habe super geil like a pro like a pro ist bloß irgendwann das signal dazu kommen da oben blickt schon gelb das heißt ich darf nicht 70 was ist gelb gelb und blau blinkend bin so verwirrt also wenn es so wenn es so bringt ist auf jeden fall 70 achtung ja auch nicht über 70 oder in der zugart weiß nicht genau kann ich nicht sagen auf jeden fall achtung fahr vorsichtig fahr langsam wo ist denn der gelb ich sehe nichts ist schon vorbei warum hier auf der pzb gerade ach so naja wenn du musst du musst auf diese wenn wenn 70 steht dann kannst du volle pulle fahren ja was blau blinkt ja dann ist das schon schon was los hier irgendwas möchte sie mir mitteilen die besten den besten lokführersprüche irgendwas will die pzb 85 wechselblinken gestartet ja dann dann könntest du aber keine 65 fahren warum darf ich da nicht bis 70 fahren sonst darf ich doch 85 fahren bei wechsel bei dem bin ja echt raus ich sollte wieder ja 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 genau das ist 70 dann wo ich so in meinem urlaub war ich war zelten in der nähe von neubrandenburg und dann war ich in den dolomiten wandern sprich in südtirol sehr schön sehr schön war das und einmal kurz am gardasee schön ja aber habt ihr richtig bergwanderung gemacht 600 höhenmeter 12 kilometer krass das signal ist scheiße einfach da vorne durch da kommt kein anderes signal da kannst du ballern jetzt ist auch kein wechselblinken mehr einfahrt freiberg da muss doch anhalten frankenstein einfahrt bahnhof frankenstein da musste anhalten stoppen sagt er mir ja ja vielleicht war dafür deswegen also es steht sehr weit auseinander ja es kommt jetzt gleich ein wiederholer oder war da kommt was da kommt was da kommt was naja lag sogar ein magnet doch krass ja ja diese diese ne wie wie heißt diese sie ver nochmal die da drin ist das ja so eine anforderung sie weiß das genau ja die die geblinkt irgendwann auf und dann musst du sie bestätigen egal was für eine zeit ist ja die andere zeit zeit sie für irgendwie ja dauert nicht lange um 36 ist glaube ich der letzte letzte halt aber ich finde die strecke halt unheimlich schön die schon wieder nach hause ja ja pinkel wir machen kann ja auch ein bisschen längere pause wir müssen mal im speisewagen eine pizza ordern das heißt auf 15 minuten 20 minuten pause aber wir machen jetzt erstmal wir haben ihn noch kein abend wir haben ihn noch nicht zu haben gegessen ja vorher müssen wir aber noch ja vor allem ist noch was auspacken ja wir werden die spender spender dann nennen sozusagen ja dann so transparenter transparenter können wir uns nicht machen das gibt die technik nicht her so da steht einer am signal ja zeitweg siefer gibt es auch noch und dann gibt es die siefer im 425er mit den notbremsen wo die s-bander zehn minuten zehn kilometer mit bewusstlosen lockführer gefahren sind alle haben notbremse gezogen die notbremse macht nur ein lämpchen vorne in der lock an die bremst gar nicht wie toll ist das denn wenn der unmächtig ist die signalanlage in frankenstein ist gestört setzen sie sich bitte mit dem fahrdienstleiter von frankenstein verbindung haben sich die erlauben zum überfahren des einfahrts- sowie das ausfahrtssignal zu holen top genehmigung erteilt das meint er doch damit oder ja so löse die bremse geht mal schub und drück mal die befehlstaste und die siefer leuchtet weiß kann ich loslassen im griff im griff im griff im griff ausfahrsignal auch noch mal hat er gesagt darum standen auch die leute daran sicherung wieder reindrücken wenn die rauskommt bis aus den fenstersignal störe gibt es fast so häufig wie regen das ist ein train simulator oder das signal ist gestört weil dispatcher ist ein arsch weiß keiner dispatcher ist ein arsch horn signale wieso muss der tf die notbremse innerhalb weniger sekunden betätigen was ist denn das für eine logik wenn der tf unmächtig ist kann er das gar nicht besicherungstechnischen albtraum see was war das zu schnell vom gestörten signal zwangsel wie zwangsel da lag ein magnet und da vorne ist rot und ich war weiß nicht ob ich über 25 drüber war du hast vorher befreit ne kann sein dass ich einmal zu viel gedrückt habe hast du dich vorher befreit oder nicht nein kann sein dass ich einmal zu viel befehl gedrückt habe oder sowas das war eine zwangsel da hat beides geleuchtet sonst wäre ich noch ein bisschen weiter gefahren bis zu hart guck mal die müssen jetzt alle von da vorne hier her laufen das war eine zwangsel dann hast du zwei ne ja hab ich zwei hilft ja nix ich breche oh gegenverkehr so ich hole mir schon mal die erlaubnis für da vorne so fahrtrichtungswende bremsen lösen ist auch immer ein geiler stunt ja da musst du einmal anziehen wieder lösen aber dafür ist doch der knopf da da bleiben wir doch mal realistisch da bleiben wir doch mal realistisch ist durch jo also bei freiberg kannst du flasche eigentlich hier lassen die ist leer der zwangsellikör ist leer drama 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 wenn der jetzt leer ist brauchen wir keine werbung mehr für machen das könnte sein wenn ich heute den vierten zwangsensieg in folge schaffe habe ich schon vom nikolaus frühjahrsputz in urlaub und heute auch noch dann habt ihr aber vorhin alle komisch abgestimmt und gewettet auf meibed.de ob man da schon wetten kann für uns so öderan ist doch schluss ne stand doch so eine anleitung wir fahren auch öderan sieben kilometer sehen die doch nicht weil der chat davor ist ja ist aber schluss höderan ist schluss so jetzt hier die sind zahndorf immer so losgepisst da war direkt ein bahnhof der bahnhof zahndorf daneben wohnt mein onkel dann kannst du immer gucken wenn die dann voll aufdreht und schub gibt schwarzer rauch steigt ja richtig so personenzug da nach krim richtig richtig cool war das signal ist max 40 deshalb mag ich die auch war ein signal max 40 habe nichts bestätigt die gelben pfeile am rand ja ach die gelben pfeile am rand die sind für den schneeflug schneeflug heben schneeflug senken nee der stream ist nicht um 22 zu n 8 das ist ja noch von meinem city skylines der mobot der mobot weiß noch nicht genau bescheid der mobot muss heute länger arbeiten weiß er nur noch nicht sagt ihm nicht sagt sie nicht sonst wird er zickig und schöne kurve hier ne wunderbar ach wäre das schön gewesen mit 40 wagen hier die berge hoch und runter ja ne sie so schnell kommen wir nicht wieder aber wenn die sorte zwangslike alles ist auch nicht schlimm dauermann ich finde es gut wenn ältere fahrzeuge reaktiviert werden und auf die kanzlerbahn geschickt werden ich selber habe ja schon im kanzlerwagen mal gesessen was ist denn die kanzlerbahn weiß ich nicht wo der immer lang gefahren ist aber auch nicht kölle wo sind alle lange gefahren ne wir streamen nicht bis sonnenaufgang aber bis zum ende stream stream wir auf jeden fall ja das halten wir durch das wird so sein wenn wir freiberg heute nicht mehr fahren halten wir das durch vielleicht kriegen wir es ja noch ans laufen ja also für die jüngeren zuschauer hier unter 16 18 das ist einfach nur ein süßes zeug da ist nichts drin nicht wirklich trinkt verantwortungsbewusst oder gar nicht so jetzt hast du blinken jetzt hast du 60 würde ich sagen 80 sogar da kommt bestimmt 60 erwarten oder so von 100 auf 80 wo sind nur noch 2,5 kilometer alles gut aber mein kopf ist auch so ein bisschen ja geht schon da kommt ein wiederholer oder bringt er mich auf 60 jetzt runter man weiß es nicht der wollte dass ich da 60 fahre ich saß ungern rupb was piepst da was piepst da ich möchte nicht dass das piepst das sind diese hl-signale ne die sind voll also ich hätte da 60 ja müssen ja ich weiß auch nicht wieso da du hast du nicht auf die pcb geachtet anscheinend ich wollte gerade nachgucken ja ja die siefer hat auch noch was zu sagen ich würde sagen den zwangslikör geben wir uns für die pause auf wenn wir eine pizza gegessen haben wir müssen ja auch jetzt schon eine pizza bestellen ne verbrechen der pause dann erst mal die in der nächsten pause oder so ja oder so ja das kriegen wir doch hin so wir warten auf dass die bremsen sich lösen ach komm scheiß drauf hier 30 ist halt so dafür haben wir wieder nachher keine zwangsl wo habe ich denn wo hast du denn deins es ist vergessen dann ist es irgendwo ich weiß wo ja konzentriert du dich aufs spiel ja ja ich versuche aufs spiel das ist ja kein spiel mehr das ernst das ist das wahre leben hier was wir abbilden ja so geht es in deutschen führerständen vor ja sitzen zu zweit auf jeden fall zu zeiten der bundes also wir bilden das ja auch immer zeitmäßig ab ja und das ist ja nicht das ist jetzt immer noch der warum sieht jetzt wird jetzt braun der wird der wird anders jetzt post post muss das ist das mit wasser ist das mit wasser ja natürlich das ist mir gleich viel schlechter ja ja ach aber das andere wäre zu kontraproduktiv ja so ich will 40 ich will 40 ich will 40 irgendwas hat geblümmt gerade hast du das gehört facebook noch offen wenn du zeit hast kannst du davon in den firefox schließen habe ich nicht sehe ich auch so ob ich zeit hätte ja sehr gut ja wir schauen die spenden immer in der pause nach und dann geht das ach der hätte jetzt die dings reingemacht setze ich dann am nächsten signal hals erwarten halt erwarten aber da wir ja vorher ehe halten in öderrahn 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 wie es hier in der gegend heißt heißt in öderrahn so ist das hier in öderrahn hier hier im ländle heißt das öderrahn es ist nicht ländle in suchsen in suchsen heißt das öderrahn heißt das öderrahn bist mir sicher heißt ja wirklich suchsen in suchsen bayerisches bier ist auch sehr lecker bayerisches bier auf jeden fall ja da bist du der sushi vom ts vom teamspeak gerne gerne gleich ziemlich schon da sind wir schon da ich will nein wir sind gleich in öderrahn in öderrahn in öderrahn da hält die 132 an ja da bin ich sagte da bin ich in welcher ecke sachsen suchsen heißt leipzig in lübsch in lübsch in lübsch was ist das denn was denn da macbook verpeilung ein bisschen jetzt so ja den zwangsen counter machen wir in der pause fertig den werden wir in der pause noch mit einblenden was hat der er werner nw und der new york subway denn gerade geschrieben ich habe das jetzt überlesen irgendwie schreibt jetzt gerade das versuche ich den beiden ja mitzuteilen der peter der panda kommt aus der oberlause in ostsachsen nix gegen sachsen sachsen super die beste friewehrstrecke der welt spielt in sachsen wo ich will jetzt ja altenburg wildau ist fiktiv gott sei dank ist aber auch nicht besser sei dank oder nicht ach ich reite mich nur noch nicht scheiße wenn ich was sag so alle einen aus umsteigen fertig machen für eine kleine pause so nicht erfolgreich beendet ist auch klar mit drei zwangsen und damit endet das szenario hier nicht mal das weil ich hallo ne du musst da draufklicken oben user interface 6 setzen user interface 6 setzen da muss man immer draufklicken das macht ja nicht besser das machst du nicht besser ich kann auch mal escape drücken du hast ja lange nicht gespielt ist nicht so schlimm ja das ist ja jetzt merke ich erst mal wie schlimm das für neueinsteiger ist so wir wollen noch was machen vor der pause ja das werden wir noch was auspacken genau auspacken wir haben auspacken erzähl mal was dazu ja der holger hat gesagt das ist aber groß er schickt uns ein paket der kamera ist voll groß aus hier ist ja ja das ist ein riesen paket dass er uns das ist auch schwer wir nehmen das mal in die mitte auf dem schoß ja das ist auch in der kamera ja ja es ist so mittig drin müssen so machen ich werde das jetzt mal schneiden das ist noch nicht offen europa hat extra gewartet ja wir dürfen das nicht aufschneiden aber ich habe jetzt hier so eine kleine schere wenn wir das jetzt aufschneiden ja so was ist denn wenn ich den trennsimulator ausmache für ein hintergrundbild ja das ist gut das ist doch schöner ich nehme mal die hände weg finger du machst mir nur noch schneidst mir die nägel so jetzt müsste man das eigentlich so ausweisen können so jetzt haben wir ja es geht um die notbremsung ja gut so ganz viel papier was zu lesen oh wir haben hier auf jeden fall essensversorgung ein pringels musst du da halt so da an deine kamera halt so näher ran an die kamera wir wollen nichts übersehen soll ich das runter schmeißen komm ich schmeiß das ruhig runter das scheiß egal friskram wir brauchen gar keine pizza das war eine einzelne vollkorn die mag ich die vollkorn kekse finde ich super hier ist auch noch was für dich dabei zwangsenbier zwangsenbier dann haben wir die schokolade die ist auch für mich du kannst du kannst du das haben ja ich war die für dich auch hier vorne guck dir das an colafleche vielen dank holger das ist super was ist das da weiß ich immer nicht macht man da macht man das sind diese asianudeln ist man die nudeln oder nur die gewürzmischung viele kitties essen ja nur diese kluten gewürzmischung doch das machen die kitties hier nochmal bier brauchen gar keine pizza bestellen geht nudeln schokobons friskram ist eigentlich nie ein verkehrtes geschenk noch ein bier friskram ist immer super da ist keiner neidisch alles gedacht ob wir alles finden ich nehme auch noch ein zwangsenbier danke das ist auch so ein bisschen wie dschungel kämpfen ich glaube wir haben es ich glaube wir haben ja nichts wegschmeißen nichts übersehen oder wegschmeißen alter schwede ja danke holger wie gesagt also friskram ist immer eine gute sache wenn ihr was schickt und wir dürfen es erst im stream aufmachen dann schickt keinen frischen fisch das ist ein bisschen eklig nachher weil das vergammelt bis der stream ist aber so füttern zum screen stream das ist okay ja denke ich mal keiner denkt wir kriegen wir kriegen irgendwie was zu viel und die anderen nicht und warum kriegen die das nur weil sie so cool sind friskram und trinken ist gut das genau das besser als geld ist besser als geld viel besser als geld sachleistungen geld kann man nicht essen super nochmal danke holger vielen dank holger ja das ist das ost west paket sehr schön schönes care paket nur gute ostdeutsche produkte drin ja die berühmten ostdeutschen kinder schokobonks waren ja schon immer vorhanden das östlichste sind die nudeln aber das weiter ist hier hinausgeschossen wir machen ein kleines bisschen pause und müssen auch noch mal weiß nicht wir diskutieren mal aus ob wir noch pizza bestellen müssen ja das müssen wir mal gucken ja viertel stunde wir haben was für euch für die pause ja das machen wir doch jetzt mal ja genau ein kleines filmchen zur einstimmung ja ich mach mal einfach auf pause dann sind die mikros aus und die kameras weg und das filmchen mache ich mal an bis gleich